Hi, ich bin's wieder, Ela von Wolli Schiebling. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ja, und eine neue Folge zu mal eben kurz angezockt und wir sind immer noch bei den Gameboy-Spielen und ich habe hier Jurassic Park rausgesucht. Ist eines von Flo spielen, ich habe das schon mal gespielt, aber keine Ahnung, Jahrhunderte her. Ihr wisst ja, wie das hier alles geht. So, ich werde halt eben etwas kleiner, wieder oben rechts in der Ecke. Zack, war ich ganz weg. So, da startet es schon. Das dicke Nilpferd läht. Oder ist das ein schlankes Nilpferd? Nein, das nicht fett. So, 1993 ist das rausgekommen. Und da haben wir es auch schon. Universal City Studios Inc. Ich brauche Ton. Uh, ihr könnt die Sprachen auswählen. Ja, wir werden Spanisch nehmen, weil das kann nicht so gut. Nein. Wir nehmen, uh, oh, wie cool ist das denn. Ey, komm, das ist geil. Boah, dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Oh, Melodie ist auch gut. Die ist nicht anstrengend. Oh, wie cool. Level One. Warnung. Die Stromzufuhr zur elektrischen Umzäunigung wurde abgeschaltet. Hohohoho. Die Dinosaurier haben die Kontrolle über Jurassic Park übernommen. Finden Sie, finden Sie, finden Sie, Tim, ach Tim ist das. Ja, Tim und bewahren Sie ihn, äh, davor von einem Triceratops-Stammpedel zertrampelt zu werden. Hinweis, benutzen Sie die Bewegungsdetektoren für nützliche Informationen. Ende der Meldung. A, Ausgang, B, wiederholen. A. Ah, ey, warte mal, ihr könnt mich doch nicht hier direkt so reinschmeißen. Warte, äh, ich weiß auch gar nicht, äh, 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 ja doch, ich weiß es noch. Hi, 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 hi. Komm her, du kleines Vieh. Uh, verdammt. Ich bin von kleinen Misthaken gebissen worden. Ich bin ja ein Riesenfan von den, äh, Jurassic Park, äh, Filmen. Genauso wie ich von Godzilla auch der Fan bin. Deswegen haben wir auch hier dieses Spiel gehabt. Wie gesagt, das war von Flo. Von meinem Bruder. Jetzt ist es meins. Ja. Alles, was ich mitgenommen habe, ist meins. Ih, wieso seid ihr so gemein und lauert hinter den... ...hinter den Bäumen auf mich und wollt mich dann auch noch beißen. So. Was war noch so? Da, ein Ei. Ei, ei, ei. Guck mal, da lauern sie schon auf die Dächer und warten. Ja, hier was Großes. Wo ist er hin? Der Dicke. Da. Mal sind nur offenbar sicher gehen hier. Aber wo ein kleiner ist, könnten auch mehrere sein. Ich werde das hier ganz genau im Auge behalten. Wie findet ihr die Grafik? Die findet sie gut. Man kann auf jeden Fall das Manneken erkennen. An seinen schicken Hut. Draufsicht. Draufsicht? Also so draufschräg Sicht. Draufschräg Sicht? Mich ist immer noch kalt. Ih, da sind die Kleinen. Die habe ich doch gerade eben schon gesehen. Ich habe schon gesagt, dass die auf mich lauern und mich beißen wollen. Hätten sie auch beinahe geschafft. So. Da. Das Dach ist sauber. Check. So. Was ist hier? Kann ich hier rein? Nein. Okay. Später dann. Die Grafik geht, ne? Also ich finde das mega cool. Das war eine Kragenechse. Ich muss jetzt mal hier oben gucken, was hier oben noch so rumlungert. Das ist auch noch so ein Dach. Da lauern sie bestimmt auch oben rum. Ja. Uuuh. Ich guck, wieder weg. Das Skelett war super. Ich habe den Stromschlag richtig gespürt. Hey, komm. Das war super, super neben mir. Ich glaube, ich erst mal hier die Eier. Hi. Schief geschossen. So. Schaust du? Haha. Ja, komm. Komm. Fräßiger, kleiner Salamander, du. Und so nicht normal da dran. Ich will nicht normal das coole Skelett sehen. Obwohl, es würde sich auf jeden Fall loben. Verdammt. Also auf der Treppe kann man nicht schießen. Okay, da kann man ewig oben bleiben. Da gucken wir immer wieder die Viecher hier. Das großgeraten Salamanders. Wo ist denn die Stampede, die man mir versprochen hat? Also hier geht's nicht weiter. Okay. Also, Melodie ist super. Spiel finde ich auch gut. Da ist er. Komm her. Wir müssen Tim suchen. Wo ist nur der Tim? Vielleicht findet Lassie ihn. Was ist denn nur mit dem Tim? Ey. In diesen Bäumen lauert die Gefahr auf mich. Ah, da ist er. Unverschämter Lump. Oh nein, ich habe keine Kanone mehr. Oh nein. Oh nein. Ich bin so hilflos. Oh Gott. Komm ich da rein. Ich brauche eine Kanone. Ich habe nicht mehr viel Leben. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde Tim niemals sehen. Nur Lassie wird ihn finden. Nur weil ich keine... Ah! Erst mal ein Ei geklaut. Nein, wegen einem Ei bin ich beinahe draufgegangen. Ich habe eine neue Kanone. Ha! So. In einem kleinen Schnubbels. Das ist der Shooter hier. Ego, Shooter. Okay, da ist auch kein Tim. Nein! Hinterm Baum haben sie wieder auf mich gelauert, ey. Das sind doch Salamander und die können sich hier... Oh! Tarnen. Aha. Den habe ich es gegeben. So. Da lungern sie wieder oben auf dem Dingens. Gibt es hier eine Karte oder sowas? Nein? Nein. Okay. Jetzt komme ich hier nie wieder raus. Doch. So. Mal gucken hier. Weiter rein komme ich nicht. Wo war das denn? Gehe ich auch nicht weiter. Gehe ich auch nicht. Gehe ich auch nicht. Wieso? Schwimmen kann ich auch nicht. Also es ist... Die Gegner kommen immer wieder. Meine Trizeraptops. Aha. Wieso? So war das. Jetzt bin ich weitergekommen und dann haben sie mich getötet? Die Zinosaurier haben sie besiegt und beherrschen nun Jurassic Park. Das war definitiv unnett. Oh, das Bild ist cool. Continent 04. Hier. Hier. So. Wir müssen diese Schlüssel hier einsammeln. So. Und die Eier. Eier. Eier, Eier, Eier. Eier, Eier, Eier. Eier, 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 Eier. Eier, 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 Eier. Im Badezimmer geht die Party. Da wird schwer malocht oder er kämpft auch gegen Dinosaurier. Nein, du weißt es nicht. Geht rein. Oh, ich brauche jetzt halt die Schüssel. Wo war der? Wieso? Jetzt schaffe ich das noch, dass ich da auch noch mal reinkomme, weil das hier heißt ja, ich zocke nur mal eben kurz ein Spiel an, um euch die noch mal zu zeigen, dass ihr mal wieder Bock kriegt, so alte Games zu spielen. Deswegen mache ich das nur. Mhm. Oh. Hauptmenü. Torkontrolle. Wählen Sie einen Kasten aus. Online-Hilfe. Zugang. Verweigert. Zugang. Dann wird das System von dieser Konsole aus gesperrt. Danke dafür. Ich liebe solche Spiele. Kann ich da rein? Nein. Ich brauche noch den zweiten Schlüssel. Wo war der? Oben rechts? Unten links? Ich glaube oben rechts hier oben und dann ... der war hier irgendwo. Ja. So. Der ist schon meine ewigen Jagdkunde gegangen. Ich habe 46 Schuss. Hehehe. Ja, ja. Kommt ihr nur, ihr kleinen Schweine. Fiesen Salamander. So. JP. Was haltet ihr von dem Spiel? Ist ja eigentlich recht chillig, ne? Läuft total fluffig. Macht Spaß. Grafik ist super. Ich mag die Grafik hier. Ja gut, die Farben sind ein bisschen anders, weil ich ja nicht über das Gameboy-Modul bin. Ich bin ja über das kleine Gerätchen hier drüber. Ihh. Weg. Aber ansonsten ... Ich mag ja diese Pixel. Wenn man auf jeden Fall was erkennen kann, bin ich ja schon echt zufrieden. Man kann auf jeden Fall die kleinen Dinosaurier erkennen. Ich muss diesen zweiten Schlüssel finden. Ich will nochmal in diesen Raum rein. Hört ihr das? Was? Da geht es ab. Das war nicht nett von ihm. War ich da drinnen? Wie? Das geht doch da an dem ... Wenn man an so einem Stein hängen bleibt. Oh, ich hab ein Eier erschossen. Na ja, gibt Schlimmeres. Nicht geschossen zu haben und dann gestorben zu sein. Ihh. So. Große Echse. Ihh. Also man lernt auf jeden Fall, man sollte nicht zu tief in diesen Bäumen reingehen. Da lungern überall die fiesen kleinen Salamander drinnen. So. Hab ich den zweiten Schlüssel jetzt eigentlich geholt? Einen. Hm. Wie viel haben wir jetzt? Oh, schon so lange. Verdammt. Wie viel haben wir jetzt? Wie ich denn nur den blöden Schlüssel finde hier. Hier hüpft er. Ja. Hab ich verlaufen. Ganz toll. Der war hier irgendwo. Weiter oben, weiter unten. Da oben ist er. Ja. Schließlich noch einmal in diese Tür da rein. Hier. Ja genau. Ich erinnere mich. Ich will nicht da an dem Stromdings nochmal dran kommen. Es sah zwar total witzig aus. Aber es hat mich mein Leben gekostet. Das ist nicht so amüsant, wie es sich anhört. Auch wenn man viel Leben hat. Irgendwann ist es zu Ende. Geh doch an den Blumen vorbei. Was ist denn mit dem los, ey? Sei nicht so oldschool. Hier. Ah. Da lungerte auch schon wieder so einer rum. Ela. Zielen. Okay. Seh ich ein. Ja Leute. Was sagt ihr zum Spielen? Habt ihr das früher gespielt? Mögt ihr die Filme davon? Seid ihr Fans davon? Ich find das immer cool, dass am Ende des Films hat immer der T-Rex immer das letzte Wort. Ob bei den neuen Filmen oder bei den alten Filmen, der T-Rex hat immer das letzte Wort. Das ist total genial. Total genial gemacht. Damals war ich auch ein riesiger, äh, begeisterter Sammler von so Dinosauriern. Hat mir meine eigenen Jurassic Park da erstellt. Da war komischerweise verstanden. Da waren ein paar Dinosaurier. Weiß nicht, woran das gelegen hat. Ja. Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst mir ein Like da. Und vielleicht ein Abo. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ich versuche hier noch. Ich brauchte auf jeden Fall den Schlüssel. Ich suche auf jeden Fall den Schlüssel. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und bei dem nächsten Gameballspiel kurz angezockt. Ich sag mal so, tüddelü, bis zum nächsten Mal. Hier muss irgendwo dieser Schlüssel sein. Irgendwo. Hm.